Macht mal was ganz anderes, was ihr noch nie gemacht habt. Ich habe Sachen in der Schublade, die sind noch nie aufgeführt worden. Was abgefahren ist, auf die Beine stellen, das dann hoffentlich schon so klingt, dass es jedem Spaß macht. Ich mache ein Projekt mit Streichern, die kamermusikalisch unterwegs sind. Der Mensch als Tier sozusagen. Sehr schnell und kontrastreich gegeneinander zu stellen. Es geht auch darum, was jetzt vorne ankommt. Heute verschmilzt das alles mehr, so wie es sein soll eigentlich. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es quasi sowas wie den einen Hamburger Klang gibt. Es wird sich bedient aus allen Genres und ohne Angst zusammengemischt und da so entsteht eine authentische Musik. Und diese ganze Club-Szene und die Jazz-Szene jetzt mittlerweile auch immer mehr vermischen. Wenn man eigentlich sich selber ausdenken kann, was die Hamburger Musik ist und das noch gar nicht so vorgeschrieben ist. Die erste Jazz-Lab-Saison ist vorbei und bevor wir in die Sommerpause gehen, zünden wir nochmal ein musikalisches Feuerwerk. Unter dem Motto Anzeiten die Principles kommen 20 Musiker der Hamburger Jazz-Szene zusammen und formen sechs Bands. 7. Juni, Jazz-Lab-Sommersauce im Volt. Untertitelung des ZDF, 2020